Servus zusammen und herzlich willkommen zu meinem bereits angekündigten heutigen Montagsvideo. Ja, wie gesagt, es soll heute um das Thema Sensorreinigung gehen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dran bleibt. Sensorreinigung ist so ein Thema, da traut man sich nicht so schnell ran und ging mir im Prinzip genauso. Und ich habe mir dann vor Jahren mal einfach einige Videos angesehen, habe mir viele Berichte auch dazu durchgelesen. Und ich muss auch sagen, ich habe früher auch in Werkstätten gearbeitet. Ich bin ursprünglich gelernter Elektriker, habe dort auch elektromechanische Geräte repariert. Und eigentlich, was ich dann so gesehen habe, wie so eine Sensorreinigung funktioniert, habe ich für mich zumindest festgestellt, dass es nicht wirklich ein großer Aufwand oder nicht so die Riesenwissenschaft ist, so einen Sensor zu reinigen. Und deswegen habe ich mich irgendwann dann mal drüber getraut und gesagt, jetzt reinige ich den Sensor mal selbst. Und ich muss sagen, bis heute ist mir eigentlich nichts passiert, wo irgendwie der Sensor dadurch dann beschädigt worden wäre oder dergleichen. Es kommt schon mal vor, dass ich dann vielleicht den ein oder anderen Sensorfleck nicht ganz wegbringe. Aber für mich überwiegen einfach einige Vorteile, was die Sensorreinigung betrifft, wenn man es selbst macht. Der Hauptvorteil allerdings für mich ist, also die Geldersparnis ist mir dabei relativ egal, aber der Hauptvorteil für mich ist einfach die Zeit, die ich dadurch einspare. So eine Sensorreinigung, wenn man sich mal dazu gesetzt hat und diese macht, dauert vielleicht 10 Minuten mit Vorbereitung, eine halbe Stunde und mehr ist es auch nicht. Und wenn ich jetzt meine Kamera zum Service bringe und dort den Sensor reinigen lasse, dann habe ich natürlich eine Vorlaufzeit. Ich muss die Kamera einschicken oder zum Service bringen. Die müssen sie bearbeiten, ich muss sie wieder abholen. Also es ist einfach vom Zeitaufwand eine sehr, sehr große Zeitersparnis, wenn man das selber macht. Der Ausschlag oder den Ausschlag dafür gegeben, dass ich dieses Video heute mit euch gemeinsam machen möchte, haben die Bilder bei meinem Ausflug oder beim Video Langzeitbelichtungen am Tag. Und ich blende euch jetzt hier mal eine Bildschirmaufnahme ein, wie eines dieser Videos ausgesehen hat, weil in der Bildschirmaufnahme könnt ihr jetzt auch sehen, die ganzen Punkte, wo ich eben dann die Sensorflecken in Lightroom beseitigt habe. Und das passiert natürlich immer dann, wenn man mit geschlossener Blende fotografiert. Das fällt einem nicht so auf, wenn man viel mit Offenblende fotografiert. Und in diesem Fall habe ich mit Blende 16 das Bild gemacht. Und bei Blende 16, ja da kommen dann die Sensorflecken so richtig schön zum Vorschein. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt wird es Zeit, den Sensor zu reinigen. Und dann habe ich mir noch gedacht, ich nehme euch einfach mit. Um das Ganze natürlich auch ordentlich zu machen, habe ich mir hier ein paar Sachen bereits hergerichtet. Vielleicht ganz kurz, ich werde die Sensorreinigung an meiner Nikon D750 durchführen. Da ist der Sensor mit Sicherheit genauso schmutzig wie bei der Z6. Die Z6 habe ich nämlich zum Filmen hier in Verwendung. Warum ich trotzdem noch auch die 750 genommen habe, das ist noch eine Spiegelreflexkamera. Und bei der Spiegelreflexkamera muss man natürlich vor der Sensorreinigung auch den Spiegel hochklappen. Das heißt, hier ist ein Arbeitsschritt mehr zu machen, hier ist etwas mehr zu beachten. als wie bei den spiegellosen Kameras. Deswegen auch die D750, da werden wir uns dann gemeinsam diese Reinigung ansehen. Was habe ich mir noch mitgebracht? Einmal das Wichtigste, für mich zumindest, dieser Blasebalg. Den habe ich auch normal bei meinen Fotoausflügen immer dabei. Den werden wir auf jeden Fall verwenden. Dann habe ich noch so eine kleine Lampe. Das ist praktisch für, in dem Fall noch das F-Mount, der D750, passend eine Lupe mit Licht vorne drauf. Das heißt, stellt man dann einfach so drauf, schaltet das Licht ein. Aber das werde ich euch dann noch genauer zeigen. Dann habe ich noch, es gibt jetzt so zwei verschiedene Philosophien in der Sensorreinigung. Wahrscheinlich gibt es hundert verschiedene Philosophien. Aber es gibt eben die einen, die sagen, ich möchte nach Möglichkeit keine Flüssigkeiten auf meinen Sensor bringen. Mich persönlich hat das nie gestört. Ich hätte auch noch nie einen Nachteil darin gesehen. Und da gibt es eben als Alternative dann so einen Stempel. Mit dem kann man praktisch die Staubfussel, die sich dann am Sensor befinden, rausstempeln. Und dazu nimmt man dann noch so einen Klebestreifen, wenn ich ihn den jetzt rausbringe. Und auf diesem Klebestreifen, den zieht man dann hier ab, hat dann eine klebende Oberfläche. Und da gibt man dann einfach diesen Stempel immer drauf. Und die Staub- oder Dreckpartikel bleiben dann einfach auf diesen Streifen kleben. Ich habe mir für mich dann irgendwann mal gedacht, ich brauche mich ja nicht für das oder das entscheiden. Ich mache meistens beides. Ja, und beides heißt für mich dann auch noch, diese Sensor-Cleaning-Swaps heißen die. Das sind so fixfertige. Müsst ihr ja vor allem auch schauen, dass es für euren Sensor passt. Die gibt es für die verschiedenen Sensorgrößen natürlich auch in unterschiedlichen Größen. Ich habe jetzt hier die für Vollformat. Und dazu gibt es dann noch so eine Flüssigkeit. Das zeige ich euch aber dann. Wichtig ist, und das wird euch eure Kamera dann ohnehin immer sagen, Wichtig ist, dass der Akku ganz aufgeladen ist, denn für die Sensorreinigung, vor allem mit der Spiegelreflexkamera, muss der Spiegel hochgeklappt werden. Und damit der Spiegel dann nicht während der Reinigung versehentlich runterklappt, weil die Batterie zur Neige geht, haben die Kameras im Normalfall so eine Sicherung eingebaut, dass sie sagen, es muss der Akku einen Mindestladezustand haben, sonst funktioniert das nicht. Also, ich habe hier den voll aufgeladenen Akku, meine Nikon D750 und einiges an Kleinzeug und die Lupe. Und damit schauen wir jetzt gemeinsam in meine Kamera rein. Dafür hole ich mir jetzt hier von oben noch, werde ich mit der Handykamera hier reinfilmen. Und dafür schalte ich aber jetzt auch auf die obere Kamera um, denn wenn ich die hier herunten habe, seht ihr mich ohnehin nicht mehr, denn dann ist immer das Handy vor. Also, wir sehen uns dann gleich hier an meiner Kamera. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich hier eben mein Handy montiert. Ich wollte euch nur trotzdem, bevor wir jetzt auf diese Kamera umschalten, noch kurz den ersten Schritt zeigen. Und der ist einfach, jetzt gebe ich mal hier meinen Akku rein. So, dann schalte ich hier die Kamera ein. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Ja, gehe auf Menü, gehe auf meine Systemeinstellungen und dann nicht auf die Bildsensorreinigung, denn das wäre praktisch die kamerainterne Reinigung, wo der Sensor mal so ein bisschen durchgeschüttelt wird und die Hoffnung manches Mal besteht, dass eben dann der Staub runtergeschüttelt wird. Man geht auf Inspektion Reinigung und jetzt haben wir hier Spiegelhochklappen und um das zu aktivieren, drücken wir jetzt einfach mal den Auslöser. So, und jetzt ist der Spiegel hochgeklappt. Man kann jetzt hier praktisch auf den Sensor sehen. Und der erste Schritt, den ich immer mache, ist, dass ich mit dem Blasewalk mal versuche, die gröberen Staubartikel rauszupusten. Dazu muss man ein bisschen ins Gehäuse, nicht zu tief. Und man hat hier ungefähr, also bei mir ist das Spiel ungefähr 4-5 cm. Ich gehe hier so ein bisschen rein und stelle die Kamera jetzt Kopf über. Wichtig ist, dass ihr mit der harten Spitze des Blasebalges den Sensor nicht berührt. So, oft ist das auch schon die halbe Miete bei der Reinigung, denn mit diesem Blasewalk bekommt man sehr, sehr viel schon heraus. So, dann lege ich mir die Kamera hier so her. Ich muss mal kurz schauen, damit das auch für euch im Bild ist. Ja, ich denke, man kann das hier so weit erkennen. Jetzt kann ich hergehen, ich puste auch meine Lupe nochmal ab, nicht, dass da Staubartikel drauf sind. So, und jetzt kann ich hergehen und lege mir einfach mal diese Lupe da drauf. Und ihr könnt sehen, jetzt beleuchtet mir die Lupe praktisch den ganzen Sensor. Und jetzt, jetzt muss ich hier irgendwie vorbeikommen, kann ich natürlich hier reinschauen. Und da sehe ich schon mittig und rechts unten, ja, da bewegt sich schon, also bewegen tut sich zum Glück nichts, aber da sind schon einige Staubartikel eingeschlossen. Das heißt, mit so einer Lupe sieht man einfach besser. Ihr könnt natürlich auch versuchen, mit einer Taschenlampe reinzuleuchten. Das ist ich. Diese Dinger kosten nicht viel. Ich habe mir das einfach mal gekauft. Früher habe ich es auch ohne Lupe gemacht. Die Kamera ist jetzt mal soweit vorbereitet, ausgepustet. Und jetzt komme ich zum ersten Schritt, wo ich auch in den Sensor reingehe. Mal schauen, ob das hier auch noch so passt. Erster Schritt ist bei mir immer, ich nehme diesen Stempel hier und dann noch so einen Klebestreifen. Prinzipiell bei diesen Klebestreifen ist es immer so, dass das, was man abzieht, also zumindest bei denen, die ich hier habe, der obere Teil ist der klebende Teil. Und ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich dann mit meinen Fingern darauf kleben bleibe. Deswegen lege ich mir den auch immer so her und nehme mir diesen Teil und klebe den einfach an einer Ecke drauf. Jetzt kann ich den hier schön mit dem Finger halten und bleibe nicht immer darauf kleben, denn das ist lästig, wenn man dann den Klebestreifen vom Finger nicht runterbringt und dann ist oft die ganze Reinigung. Vielleicht, was ihr hier noch sehen könnt, ist dieses Schwarze. Das ist ein sehr, sehr großes Mousepad. Also ich normal verwende und das nehme ich auch ganz gerne als Unterlage für solche Sachen. Ich wische das dann immer auch feucht ab, damit ich nicht da noch mehr Staub aufwirbele. Ganz staubfrei kann man es zu Hause ohnehin nie machen. So, jetzt nehme ich mal diesen Stempel. Der hat ein relativ weiches, ich glaube ein Silikonkissen ist das. Sieht man das hier? So, ja. Und mache jetzt mal gleich als ersten Schritt, dass ich den einmal da drüber ziehe und dann hoffe ich, dass der ganze Schmutz da oben liegen bleibt. Und dann gehe ich in die Kamera rein und stemple mich da jetzt einfach mal durch die oder über den Sensor und gehe natürlich dann hier versetzt auf den nächsten. Ziehe immer wieder meinen Stempel über eine neue Stelle auf dem Klebestreifen und dadurch die Staubpartikel, die ich schon aufgenommen habe, hier wieder runter zu bekommen. So. Da kann man schon so ein ganz leichtes Andrücken mache ich dann immer, aber eben das Ganze trotzdem mit Gefühl machen. Prinzipiell, soweit ich das weiß, bin jetzt natürlich kein ausgebildeter Kameratechniker, aber soweit ich das weiß, haben diese Kameras oder die Sensoren ohnehin auch noch eine Glasschicht oder so eine Schutzschicht über dem eigentlichen Sensor. So. Und das sind bei mir dann immer drei so Reihen und genau in denselben Reihen gehe ich eben auch hier am Klebeband vor. Bin ich in der dritten Reihe. Das Problem bei diesen Klebestreifen ist, so hundertprozentig sauber wird das nie, aber man bekommt halt die gröberen Staubpartikel, die man vielleicht mit dem Blasebalg nicht rausbekommt, die bleiben dann ganz, ganz gerne hier kleben. Was aber dann der Nachteil dieser Pads ist, und das sage ich auch dazu, ich bin so richtig glücklich mit denen, alleine wäre ich nie geworden, weil man hat dann durchaus auch von den Kanten gelegentlich Abdrücke drauf. Und das kann man jetzt, wenn ich jetzt hier bei mir reinschaue, ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt, ich glaube nicht, auch mit der Lupe nicht, aber ich habe jetzt trotzdem, kommt es vor, dass ich dann so Abdrücke von diesen Pads drauf habe oder von diesem Silikonkissen. Aber so als erster Schritt, um die gröberen Partikel hier rauszubringen, eignet sich das ganz gut. Die eigentliche, die wirkliche oder die wichtige Reinigung mache ich dann trotzdem immer feucht mit diesen Swaps hier. Und ich muss sagen, mir ist noch nie etwas passiert damit und man darf die auch nur einmal verwenden. Man nimmt sie aus der Hülle, dann nimmt man seine Reinigungsflüssigkeit, wenn man das dann rausbringt hier, und dann gibt man lediglich zwei Tropfen, maximal drei, das ist jetzt nicht so, aber zwei bis drei Tropfen. Ich gebe immer einen so in das eine Drittel des, so, und einen noch hier hin und das Ganze, der ganze Swap saugt sich dann mit Flüssigkeit an. Und jetzt gehe ich rein, richte mir die Kamera so, dass es passt, ich schaue noch, dass ihr auch was seht, müsste so hinkommen, und dann ziehe ich, gehe ganz ins Eck und ziehe den Swap einmal mit der Flüssigkeit von der einen Seite ganz durch auf die andere. Man kann jetzt, wenn man natürlich will, auch noch die zweite Seite verwenden, ich mache das auch ganz gerne, da sehe ich nicht so das Riesenproblem. So. Und im Normalfall, wenn das Hensor nicht allzu stark verschmutzt ist, dann müsste das auch schon reichen. Ich sehe jetzt hier nochmal rein, ein, zwei Partikel sehe ich noch, der meiste Schmutz ist weg. Wenn ich den dann mal verwendet habe und ich sehe trotzdem noch ein, zwei so, 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 offensichtliche Flecken, die mich stören, dann gehe ich nochmal her und das ist eben wichtig. Da braucht man eben dann, also ich brauche meistens zwei so Swaps, die dann hier dabei sind. Mach die wieder auf. Ups. Versuche hier wieder möglich sauber zu arbeiten. So. Und mach das selbe Spiel nochmal. Ziehe den Reinigungs-Swap hier drüber, bis an den Rand. Vielleicht noch mit der zweiten Seite. Dann sieht man, wie es diese Reinigungs-Flüssigkeit eigentlich relativ schnell auftrocknet. und jetzt schaue ich hier nochmal mit der Lupe rein. ja, also ich muss sagen, jetzt zieht er schon sehr, sehr viel besser aus als am Anfang. und wenn das dann alles erledigt ist, dann gebe ich relativ schnell meinen Deckel wieder drauf, schalte die Kamera aus, dass der Spiegel wieder runterklappt. Ja, und das ist es im Prinzip dann auch schon gewesen. Ja, so mache ich meine Sensorreinigungen in aller Kürze. Im Normalfall sage ich auch dazu, bleiben mir trotzdem noch ein, zwei Flecken irgendwo über. Aber diese ein, zwei Flecken, wenn sie dann nur bei geschlossener Blende auftauchen, die stören mich nicht so wahnsinnig. Also so eine professionelle Reinigung irgendwo beim offiziellen Service eures Kameraherstellers ist sicher besser. Aber ich sage immer, damit ich die Kamera möglichst schnell nutzen kann, ist mir diese Variante sehr, sehr recht. Und freue mich dann, wenn ich die Kamera schnell wieder bei der Hand habe. Und ihr habt gesehen, es ist nicht so tragisch schwierig, so einen Sensor zu reinigen. Für mich sind die Ergebnisse meistens zufriedenstellend. Aber ich sage auch dazu, wenn sich jemand gar nicht drüber traut, im Zweifel bitte die Kamera zum Service schicken. Denn es ist natürlich ein bisschen eine Überwindung, da das erste Mal auf den Sensor mit so Swaps drüber zu wischen oder mit so Stempel drauf zu tapsen. Aber wie gesagt, es geht. Es ist keine große Wissenschaft. Ein bisschen Gefühl. Und dann geht das auf jeden Fall ganz gut. Ja, das war mein heutiges Video zum Thema Sensorreinigung. Ich werde jetzt noch den Sensor meiner Z6 reinigen. Der hat das auch dringend nötig. Muss ich aber schauen, ob ich noch so Swaps irgendwo herumliegen habe, sonst werde ich welche bestellen. Auf jeden Fall hat es mich wieder sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich riesig ehren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe und bleibt gesund. Ciao. Bis dahin, alles Liebe und bleibt gesund. 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 Bis dahin, alles Liebe und bleibt gesund.